ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu june 2000 und ja willkommen in der dritten mission bei den eurodos und beim letzten mal mehr die ersten beiden missionen gemacht und ich nehme mir direkt weiter auf direkt nach den ersten beiden und es geht jetzt gegen die harkonnen freunde dann würde ich mal sagen nehme ich mal hier den linken bereich die hatte zweimal erfolg ihr besitzt einen gewissen werden lasst uns allein sprechen wir kurz über euren aufklage die akonen hindern uns daran spice abzuparen in unserer anlage in duolo dort ist ein stützpunkt und sie werden uns angreifen beseitigt alle akonen bis zum letzten so lautet euer auftrag spice ist von großem wert für uns der spice nachschub muss fließen so lautet das gesetz ach du scheiße dieser typ ey ich komm auf den nicht klar der ist irgendwie so keine ahnung wie ich den beschreiben soll naja schaltet die akonen aus so lautet der auftrag alles klar neue waffen sind dafür verfügbar die quats neue waffen sind stärker stärker werfen sich in den sieg okay gut wüstentropen haben wir jetzt die raketen mannigen die quats haben wir jetzt raketenpanzer und die betonmauern alles klar so wieder eine mission mit basic panzern und ich hab wieder kein sound also bis gleich so freunde ja da bin ich wieder dass das jetzt jedes mal so ist mit denen kein sound hätte ich jetzt nicht gedacht ich dachte das wäre so ein temporäres problem aber anscheinend bei jeder mission kommt dieser bug oder lag keine ahnung wie gesagt womit der zusammenhängt aber ist ja nicht schlimm dann schneide ich einfach kurz nach jedem missionsanfang und dann geht das schon hauptsache ist einfach wir können diese dieses wunderschöne spiel endlich mal spielen so freunde würde ich mal sagen bauen wir mal wieder hier uns auf haben ein paar neue waffen dabei es war genau neue drogenoptionen erstmal die ganz wichtig wir haben die quatsch dabei genau die werde ich auch wieder bauen und ich werde jetzt nämlich mal einen trick anwenden hier und zwar ich werde jetzt nicht direkt die raffinerie bauen sondern erstmal die betonplatten für die raffinerie weil man kann ja auch hier weiter bauen dann ist die raffinerie zum beispiel näher am spice dran da habe ich noch gar nicht daran gedacht dass man das auch machen kann aber ja tatsächlich so kommt ein fluchzeug mit meinen verstärkungs truppen ich nehme einfach mal den schnellen raider hier so genau mit ein paar mäniken immerhin und zwei raider sehr schön und ja freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei dune 2000 ja es lohnt sich doch sehr vor allem mit den orders hier die sind ja die sind ja sehr merkwürdig aber ich freue mich schon auf die einheiten in der letzten mission das wird lustig freunde schön dem gegner die panzer und klauen und bau auf platt machen und sowas ja ja ach nee jetzt ist mein spiel wieder abgestürzt das kann doch nicht wahr sein ach ich sag mal bis gleich so ja freunde da bin ich wieder man blöd der start mit den orders irgendwie hier bei dune 2000 das spiel stürzt häufiger ab ich weiß nicht warum aber ja keine ahnung so dann der will hier wieder stress machen weg damit ich habe aber das gefühl freunde bei den raidern dass die mehr aushalten die gehen nicht so schnell platt wie die trikes ich mag wie schnell die trikes platt gehen cool wir kriegen noch mal verstärkung sehr geil sehr geil eigentlich ja na da kommt genau verstärkung für die mannequin zwei mannequin also zwei quats ja die quats habe ich auch in den letzten missionen benutzt in den war von den atriides die sind sehr hilfreich vor allem wenn man feuer auf sich ziehen will deswegen also ja mit denen spiele ich ganz gerne eigentlich so die karte ist schon ein bisschen größer hier ist wie man sieht einfach doch dahin nicht so wie gesagt wir können die sammler ja näher an spice bauen beziehungsweise die raffinerie und da kann dann da kann dann die kaserne hin auf das freie feld sozusagen und ja wie ich sagen fangen wir mal an mit dem spice abbau 3000 kohle die kann ich ganz gut verwenden die kohle hierfür einheiten produktion und ja ich bin am überlegen ob ich diesmal sogar zwei sammler bauen soll bin ich mir nicht sicher um ganz ehrlich zu sein rüsten die kaserne auf wir können zum ersten mal die kaserne aufrüsten um bessere einheiten zu kriegen freunde oh hier geht es wieder was ab okay so dann bauen wir eine weitere energie schickt die man nach da unten so die mannequin die man nämlich mehr schaden dran die sagen neue bau optionen glaube ich aber das hört sich irgendwie an wie neue drogen option wird zu denen passen hier ach du scheiße so jetzt könnt das mal sehen schaut euch mal wie schnell der links ach man ich wollte euch mal zeigen wie schnell der raider ist im vergleich zu einem schreik aber irgendwie machen da die einheit nicht mit keine ahnung aha da hat wieder ein würmchen sein unter unwesen getrieben och du kacke was macht er denn jetzt ja dann mach mal schnell das scheiß mannicken da platt so ja ist ja gut fahr schneller hin um gottes willen was machst du denn hier mal ganz ruhig mal ganz ruhig mal ganz ruhig drecks trikes hier ey penner das greift ja meinen sammler an hey wie dreist kann man eigentlich sein jetzt hör auf ja ist ja gut so weg damit ja komm noch von der anderen seite das machst du ganz toll junge machst du ganz toll wir kriegen verstärkung immerhin so putz weg damit so leichte waffenfabrik sehr gut die brauche ich auch ach wieder diese mysteriöse mucke hier hau und jetzt wieder ein flugzeugwrack gut ich sollte öfter speichern weil ich weiß nie wann das spiel das nächste mal abstürzt ja das ist ein bisschen komisch hier wieder war auch irgendwie nur in den ersten missionen bei den atriides war es ja so dass die in der letzten mission nicht so abgestürzt dass das spiel nicht abgestürzt ist verstärkung wieder das ist nicht das heißt nichts gutes wenn ich hier verstärkung kriege heißt dass der gegner kommt angeschissen das ist nicht so doll hier habe ich jetzt keine lust drauf ganz ehrlich wieder zwei ja es leckt das heißt da bewegt sich wieder irgendwas auf mich zu so dann würde ich mal sagen das kriegen wir noch hin zu verteidigen ich weiß nicht wie ich hier angreifen soll ich glaube mit dem mix aus radar und quats ja radar quats das habe ich bei der atriides ja auch so gemacht da ist wieder ein wurm der treibt wieder sein unwesen nein verdammt da hat der wurm mir echt meinen sammler geklaut das kann doch nicht wahr sein steht ach ach schaut mal ich kriege einen kostenlosen sammler zugeschickt ernsthaft wieso kriege ich das auf einmal sammler zugeschickt okay da bin ich jetzt echt überrascht nicht schlecht wenn man so kostenlosen sammler das ist geil aber ich glaube nur bei den ersten missionen ist das so später hat das spiel nicht mehr so viel genade für uns übrig konstruktion nicht ach verdammt verdammt kommt mal mit und schießt mal da drauf so dann konstruktion einfach drauf schießen so der penner kriegt wieder verstärkung ja ja wollen wir ein quad komm mit zwei sammlern im einsatz geht das ganze schon ein bisschen besser jo konstruktion bereit und sonst so also wie gesagt ich spiele jetzt hier werter das schöne dion 2000 erzähl mal was ihr so macht am wochenende mich mal interessieren also ich zocke halt wie gesagt und ja ab und zu mal ein bisschen was raus meine frau schön fahr da drauf fahr da einfach drauf fahr da drauf die nerven fahr da drauf ich habe jetzt keine lust habe meine ganzen einheiten hinzuziehen ja ist gut diese kack sagt mal ist das schwerer bei den orders kann das sein dass das ein bisschen schwerer ist weil bei den atriides hatte ich nicht so probleme irgendwie die kommen ja hier viel mehr angeschissen habe ich so das gefühl ja bei den atriides war das ganze ein bisschen chilliger jetzt mach den doch kaputt ich brauche ein radar damit ich das wurm sehe den wurm sehe alter schwede komm wurm fress mal einen trike da von denen nicht meine sammler ach du meine güte ey was ist hier los hallo ist das schwerer habe ich auch schwer gedrückt oder so kann das sein ach du heilige scheiße so jetzt mach die mal hier kaputt was ist denn hier los verdammt nochmal oh das wird sogar jetzt knapp mach den mal kaputt da boah eiskalt da habe ich echt schon probleme hier wo ist der wurm wieder der kommt laufend angeschissen das ist irgendwie irgendwie gewöhnungsbedürftig hier da haben wir auch diese scheiß manniken da mach den mal kaputt so also irgendwie ist das krasser finde ich so dann haben wir es ja jetzt mal kann ich mich mal aufbauen verdammt 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 haben wir euch jetzt mal ein bisschen Ruhe ja dankeschön kann doch nicht so schwer sein Mensch zu wenig Geld ja ich weiß dass ich zu wenig Geld habe aber währenddessen trinke ich erstmal was alles klar der kommt schon wieder 750 ja das passt sorry da alles klar und dann zack so jetzt habe ich auch noch ein Radar jetzt kommt er wieder von links ey ich könnte im Strahl kotzen ich könnte im Strahl kotzen gerade wenigen Fabrik habe ich hier ja dann lock den mal ein bisschen so so ich brauche mehr Einheiten irgendwie ey das kann doch nicht wahr sein Stützpunkte ja okay ja gebt mal mehr Verstärkung bitte was soll denn das hier von euch das finde ich nicht nett absolut nicht ja es könnte sein dass es echt schwerer ist dankeschön dass es echt schwerer ist weil es halt gegen die Hakonnen geht das kann sein Freunde das kann echt sein ah Wüstentruppen ich hasse diese Manneken die ziehen so übelst viel ab aber geht schon da versucht er schon wieder oh Mann oh Mann wir sind bereit fahr doch nicht immer so weit weg wir sind bereit aber krass dass ich da eben einfach so einen neuen Sammler gekriegt habe das war bei den anderen bei den Atri ist nicht der Fall dass ich da einfach so einen Sammler bekommen habe krass komm worum fress mal fress mal irgendwie da irgendwas das war so lustig so dann kümmert euch mal um den weg damit zu wenig Geld zu wenig Geld ja ich weiß alles klar dann würde ich sagen können wir uns mal ein bisschen aufbauen nicht mal ne also ein paar Einheiten Einheit bereit erwartet wir sind bereit oder soll ich mit Manneken dann nee die Manneken die bringen jetzt die können halt nee die können nicht platt gefahren werden aber die fallen halt um wie die fliegen ne das ist das blöde wir sind bereit so dann fahren wir hier unten hin ich glaube das ist ein bisschen näher dran nein nicht gut äh Panzer gegen Wüstentruppen ist nie ne gute Idee die sind so scheiße die Wüstentruppen wir sind bereit Einheit bereit ja dann schießt der wieder auf meinen Sammler nö ok gut da kümmert euch mal da drum ja schafft ihr schon locker schaut euch das an easy so einfach nur Einheiten produzieren das ist das ganze Geheimnis hier so ich nehme gleich mal einen Raider und gehe mal weiter erkunden hier alles klar auch wenn es gefährlich ist dass ich hier weiter erkunde aber ja ich will halt alles sehen ja der ist ja oben wieder ok und die Basis ist auch näher dran irgendwie habe ich das Gefühl an meiner Basis so was haben wir denn hier noch irgendwas abgestürztes oder verlassenes ok so dann brauchen wir weiter Quats ich fahre hier rum und erkunde so alles klar ui da ist ja schon irgendwie da was alles klar das ist eine ah der kriegt immer Verstärkung das ist das ich verstehe ja komm dann spiel mal deine Schnelligkeit aus schaut mal die kommen gar nicht hinterher die Trikes hier oh oh was ok oh du Penner ah nein fahr weg so fahr da rein schon wieder nö nix mehr ok ja der fährt jetzt rein und schaue ich mal was er hier so hat ja eigentlich gar nix eigentlich gar nix nö so ja der hat nicht viel hier drinnen aber eine größere Basis auf jeden Fall als die Orders damals bei den Atreides auch Leute krieg ich jetzt nochmal ein Wurm ach verdammt dieser scheiß Würmer hier ey man dann verkauf mal das Ding da unten so man doch jetzt verdammt schaue ich schaue ich schaue ich so aber ich sehe fast alles das heißt es passt ja ich weiß oh zu wenig Geld das ist jetzt nicht gut wo ist mein Sammler hier ok ja das Ding kostet 1500 das ist jetzt scheiße dass ich jetzt gerade keine Einheiten nachbauen kann hmm egal dann fahr nochmal da unten jetzt sehe ich zumindest was er hier hat ja der baut sehr gerne Quatz habe ich das Gefühl soll er machen soll er machen so so weg damit so dann erkunde mal den Rest ah hier ist hier ist schon wieder eine Harkonnen Basis eine verschüttete krass ja schau dir mal da ist eine Kaserne eine verschüttete und Kraftwerk so dann machen wir jetzt noch noch hier die restlichen die Schwarz was sehe ich da schon wieder der versucht immer auf der linken Seite reinzukommen der Pennei er macht das mal kaputt da oben ne mach mal H sehr wohl so ja wir sind bereit ah hier gibt es zwei Eingänge ne das ist das bei den Atri das gab es glaube ich nur einen Eingang wir sind bereit aber egal das kriegen wir schon verteidigt hier schon unterwegs so dann habe ich jetzt gleich wieder meinen zweiten Sammler äh jetzt kommt er wieder mit dem scheiß Manniken da er hat gebaut war noch Quatt Pause ich gucke da wieder mit diesem scheiß Manniken da scheißegal fahr die einfach platt und dann ist gut nein so weg du sollst die platt fahren fahr die einfach platt der will mich einfach am Sammeln hinter das ist das angegriffen so weg damit alles klar zu wenig Geld ja ich weiß oh ganz knapp schade ich kann auch nicht reparieren und nix Verstärkungen sind eingetroffen danke ich kriege wieder meine drei Raider glaube schon ja ja ich glaube auch dass es ja nee eigentlich ist das hier bei den Orders aufgeteilt ich hätte gedacht dass es öfter gegen die Hakon geht aber das geht eher mit den Atreides öfter gegen die Hakon so fahr einfach rein und erkunde noch das Stück hier unten so ja dann fahr ruhig zu mir ist kein Problem ich will nur erkunden und dann haue ich auch schon wieder ab nein der kommt sogar noch raus oder was das wäre es natürlich das gewesen ach du Peller wirklich weitere Quats bitte da wisst ihr was ich sammle die Verstärkungsgruppen mal hier kann der auch mit ne der kann mit so dann habe ich jetzt auch hier noch ein paar Quats ich will nämlich gleich mal den ersten Angriff starten so habe ich jetzt hier vier Raider zwei Quats und immer schön auf die Karte gucken und vor allem speichern so spiel gespeichert ja sehr schön ach ich mag diese Stimme hier Silo ja komm bauen wir einen Silo warum eigentlich nicht warum eigentlich nicht so die Trikes die können es gerne versuchen die haben hier gegen die Quats keine Chance ja toll keine Chance Juni verdammt Dump noch mal so jetzt hör aber auf Dump ey so ja ist gut achso ich kann sowieso mal reparieren jo passt jetzt sind die beiden Drillers wieder angekratzt kannst du so dann zwei reichen so wollen wir ein paar Raider ah das ist seine Basis wie gesagt also bisschen größer als die andere aber nicht so früchterregend finde ich ja gut dann nimm die Einheiten und nutz sie da zur Verteidigung einfach das nervt jetzt mal lang so dann fahrt man da oben hin und mach den mal kaputt so dann nutzt sie einfach für Verteidigung mein Gott so kann ich den einen Quad hier noch den einen Raider kann ich hier noch zuziehen gut dann nutze ich für die Verteidigung und die Nerven nämlich ziemlich da auf der Seite so gut dann brauche ich jetzt fange ich jetzt an die Einheiten zu bauen für den Angriff ich wollte schon sagen wo ist mein Sammler schon wieder hin ey ja dritte Mission und dann direkt schon so eine erhöhte Schwierigkeitsgrad ist schon nicht schlecht ist schon nicht schlecht sag ich mal ja gut so schwer ist es jetzt auch nicht aber ihr wisst was ich meine der Anfang von den Atreides war ja echt schädig na auch die dritte das war ja echt nix so Quats jetzt habe ich hier verteidigt mein Freund auf beiden Seiten jetzt kommst du hier nicht mehr rein du kommst hier nicht rein weg damit zack und schüss so vier Räder ich bin mir nicht sicher ob acht Räder und acht Quatschereichen lasst euch doch nicht abschießen man so weg damit äh nein nicht diese scheiß Wüstentruppen nee so aber es hat gepasst sehr schön ist klar Einheit bereit so jawohl so dann nee da ist ein Wurm okay der kommt das heißt wieder aufpassen aber der kommt auch ja das ist kein Problem so ach nee der Wurm ist wieder verschwunden ich wusste vorher auch gar nicht dass die Würmer hier verschwinden können das ist sehr sehr interessant wir sind bereit so dann nochmal Quatsch bitte äh warum hab ich den denn hier hingezogen hä so ein Quatsch was du so ein Quatsch wir sind bereit nein mach doch nicht so was so so eher so 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 ein Quatsch nehme ich noch mit hier so gut alles klar ja das mit der Kohle das ist sehr gut aufgeteilt ich bin da quasi nie pleite der Rhythmus ist gut von dem Sammler ob das reicht ich weiß es nicht 8 Raider und 8 äh Quatsch komm der kann aber noch ein paar Verstärkungen schicken kann er sehr gerne machen wer ich für ja so dann gehen wir da hin ich stehe nicht gut wir haben jetzt den sechsten Quad das Klakate ist vollständig erkundet außer dieser Mini Zipfel aber da kann ich nicht viel machen ja seht ihr Verstärkung die sammle ich die sammle ich einfach gratis Raider finde ich gut wir sind für mich jetzt gleich fertig mit meinem ersten Angliffsdrupp da werde ich mal versuchen damit was zu reißen bleib bereit so wird gebaut kann ich jetzt den letzten Quad bauen da kommen wieder zwei Tracks an aber das kann er vergessen diesmal nicht Junge so alles klar diesmal nicht äh Wüstentruppen ey verdammt so weg Einheit bereit sehr schön Einheit bereit ja zwei Silos habe ich dort passt sehr schön oder soll ich zwölf von jedem machen ja baue mal zwölf von jedem oder naja das müsste eigentlich passen so wenn er jetzt fertig äh angeschissen kommt dann nehme ich die einfach mal und fahr mal hin so fahrt mal da hinten hin einfach mal lieber nochmal speichern vorher spiel gespeichert so wo ist es mitternacht merke ich gerade einfach mal so äh ja dann mache ich auch nach der Mission Schluss für diese Aufnahme genau genau so nein wo fährt der denn wieder hin kommt der wieder ja auf der anderen Seite okay alles klar ah da haben wir vier Nerven oder Nervensäcke so dann sammelt euch mal da die die kriegen das hin ja ja das schaffen die so dann geht mal los hier und zack sehr gut dann kommt der es wird allem was er hat ja dann macht hier mal wachdienst so alles klar so der Sammler ist gleich weg ah der kriegt aber einen neuen ne der kriegt einen neuen ja ja so na das reicht nicht ne ne das reicht nicht okay na blöd so aber das ist relativ egal oder oder das hat doch gereicht aber diese Wüstentruppen die nerven ja der kriegt einen neuen Sammler aber schieß mal da drauf einfach so zack 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 so weiter weitere Raider bauen einfach so dann auf den Sammler so na egal erstmal auf den Panzer da so Bauhof verplatt machen so dann machen wir den Manikon da weg alles klar ja ja direkt so ne doch anspruchsvoll bist so ne kleine anspruchsvollere Mission ja finde ich schon Bauhof wegmachen mach den Scheiß weg traue nicht mehr so weg damit sehr schön Scheiß Manikon so Parade wird gebaut diese Scheiße da unten die muss unbedingt weg eh bleib hier verdammt sehr wohl ja gut dann macht man das oh Wüstentruppen ey so mach das mal im Arsch da so das brauche ich nicht mehr ja passt doch ist doch sehr gut Batsch fast keine Kohle der hat auch keine Kohle mehr finde ich saugut der kann ah doch der kann doch noch reparieren okay schade oh vier Tracks sehr cool sehr wohl einheit verlobt oh okay so dann speichere ich das erstmal hab aus Versehen drauf gedrückt auf die Optionen aber das passt schon so weitere Quats so viele Quats brauche ich hier jetzt nicht mehr äh nehm mal noch einen mit ich würde mal sagen hier von der Seite so ich habe jetzt keine Lust so lange zu warten Freunde fahrt immer wieder dahin und der kann ja jetzt nichts mehr machen außer wenigen bauen deshalb so Team 1 seid ihr ja oh was ist das hier wieder für eine düstere Musik älter Schwede so du kommst dann wieder hier hin zack so da haben wir jetzt wieder ein paar Einheiten hier so und mach die scheiß Kaserne weg also seht ihr da hat doch keine Kohle mehr seht ihr der repariert nicht mehr so und tschüss weg damit so kriegt da wieder Verstärkung aber es ist mir relativ egal gerade oh dann hat er nichts mehr sehr geil haben es geschafft Freunde sehr gut die Mission haben wir ach der kriegt die zwei Trikes immer als Verstärkung das ist das nervige da kriegt er auch schon wieder Verstärkung der hat viele Spawner hier muss ich sagen der hat viele Spawner sind bereit ja das habt ihr geschafft so sehr schön so das war's dann mit dem nur noch paar Gebäude platt machen würde ich sagen nehme ich die Sachen hier auch alle jetzt mit und ihr könnt auf den Sammler schießen so ihr fahrt weiter und macht da weiter platt alles klar Freunde das ging doch wunderbar dritte Mission der Ordos ist somit geschafft ja die machen mir jetzt schon sehr Spaß die Ordos doch ich hab gesagt Butz so Butz zack zack weg damit ihr fahrt mal bitte hier unten drauf die machen den Sammler platt jetzt krieg ich auch noch ein paar Verstärkungen aber die brauche ich eh nicht so nicht wirklich so dann dann haben die es auch geschafft wunderbar ja komm schicke ich auch noch mit hier unten so dann und tschüss spiel speichern speichern so so das war's das war's oder yes das war's sehr schön geil okay jo würde ich sagen haben wir die Gegner wieder einigermaßen platt gemacht würde ich sagen kein einziges Gebäude verloren läuft und wir sind Sandkrieger sehr schön Haus Ordos erkämpfte sich ein Vorteil gegenüber den Harkonnen während die gegen Haus Atreides kämpften haha seht ihr Harkonnen kämpfe gegen Atreides und wir kämpfen im Moment nur gegen Harkonnen okay also im Moment auch nicht gegen Atreides naja gut dann vielleicht in der übernächsten Mission das speichere ich einfach mal unter Mission 4 so ist die 4 da ist die 4 spiel gespeichert so Freunde ja aber ich würde sagen ich mache dann heute erstmal Schluss es ist schon nach Mitternacht und ja wie wir dann das erste Mal gegen also nee wie wir dann die nächste Mission machen mit hoffentlich mal Panzern sehen wir jetzt beim nächsten Mal Freunde ich würde sagen ich schneide das jetzt einfach zusammen und mache erstmal Schluss und ja wenn es euch gefallen hat lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und ja würde ich sagen Tschüss Tschüss